Das ist Herr Stark. Herr Stark ist Sportreferendar in der Kraftstadt. In der Zeitung erfährt er von dem brandneuen Outdoor-Sportkonzept. Der Sportbox. Doch was genau ist das? Die Sportbox ist ein Verleihangebot für Spiel- und Sportequipment. Der Verleih erfolgt per App. Mit der Sportbox ist das benötigte Equipment für verschiedenste Outdoor-Aktivitäten an individuellen Standorten bereits vorhanden. So muss dieses nicht erst mühevoll hingeschleppt werden. Um weitere Details zur Sportbox zu erfragen, kontaktiert Herr Stark die Sportbox-Hotline. So werden alle seine offenen Fragen geklärt. Herr Stark spricht nun mit der Bürgermeisterin, um ihr von dem innovativen Sportbox-Projekt zu berichten. Sie ist begeistert und stellt sich die Sportbox bereits an vielen Standorten in Kraftstadt vor. Auch im Sport- und Stadtentwicklungsausschuss wird das Projekt positiv aufgenommen. Denn mit der Sportbox wird die Stadt für die Bürger ein kostenfreies und niedrigschwelliges Angebot schaffen. So steht für die Bürgermeisterin fest, Kraftstadt wird Sportbox-Stadt. Bei einem großen Pressetermin stellt die Bürgermeisterin den interessierten Bürgern sowie Vereinen, Ratsmitgliedern und Streetworkern die Sportbox der Öffentlichkeit vor. Zeitungen und TV berichten überregional über das Vorreiterprojekt. Herr Stark und die Bürgermeisterin können zu Recht stolz auf sich sein. Sie sind nun offiziell Teil der Sportbox-Community. Die Sportbox. App & Move.